Herzlich Willkommen zurück zu Garden Witch Live. Wo sind wir denn jetzt hier? Moment, wo ist die Tür? Hier. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich hin muss. Ah, jetzt sehen die Sonnenblumen schon schön aus. Okay. Ihr habt wahrscheinlich noch keinen Honig für mich. Oh, ihr habt Honig für mich. Eine Honigwabe, besser gesagt. So, Honig und kleine Wachskerze habe ich jetzt freigeschaltet. Kann man das jetzt irgendwie hier drin machen? Das ist kein Honig. Pfefferminztee? Ist das weiter unten? Ey, jetzt sagt man aber nicht, ich kann jetzt Honig hier an der Werkbank machen. Kamille Badebombe, ach, das war das. Nee, kann ich nicht. Wie kann ich jetzt Honig machen? Moment. Ich will keine Ahnung. Ist das unter Tagebuch? Neues Zuhause? Oh, ich kann nicht mal reden heute. Nee, ich will meine... Das sind meine Rezepte, ne? Kartoffelwürfel. Was davon könnte jetzt Honig sein? Das sieht mir alles nicht nach Honig aus. Weiße Kerze. Hä, wie kann ich denn jetzt Honig machen? Da. Honig, Honigwabe. Hergestellt in so ein Ding mit dem Schneebesen. Muss ich das erst kaufen? Wahrscheinlich, ne? Das ist das Schneidebrett. Ah, okay. Da müssen wir... Haben wir... Moment. Ja, doch, wir haben Dienstag. Da müssen wir da nochmal hin. So, die klaue ich nochmal. Ach, Mann. Ich müsste eigentlich was für die Hühner und so jetzt kaufen. Ich hoffe, dass die nicht abhauen. Ach, das ist doch scheiße. Tin, komm her. Ich muss dich leveln. So, ich habe ein Geschenk für dich. Nur damit ich jetzt keinen Fehler mache, gucke ich jetzt nochmal eben bei mir im Blog nach. Ich habe ja mein Handy nebenbei geöffnet. Aber das liegt hier, das Handy. Tin. Feenstaub. Ja, ja, ja. Das war richtig. Okay. So, einmal Feenstaub schenken. Zack. Ja, ist sehr schön. Ich weiß. So bin ich halt. Wenn ich denn noch weiß, was ich schenken muss. Okay, also wenn ich aber Honig dann später holen kann für... Hier war jetzt nichts mehr, ne? Da war auch nichts mehr drin. Achso, Moment. Da muss ich aber kaufen. Ach, wann ist der Idiot denn jetzt schon wieder hier? Der hat Dienstag jetzt geschlossen, oder? 8 bis 14 Uhr und dann ab 15... Achso, wir haben noch nicht 8 Uhr. Dann gehe ich nochmal schnell zur Bäckerei. Oh, die haben alle keine Arbeitsmoral hier, ehrlich. Die haben alle einfach keinen Bock zu arbeiten hier. Ich stehe hier, stelle mir sie mitten in der Nacht auf. Und die haben alle keine Lust zu arbeiten. Ich hoffe, dass wir das jetzt hinkriegen, ohne die Folge total zu überziehen. Eigentlich haben wir jetzt so viel in einer Folge und dann noch was mit dem Honig rausgefunden. Und oh... Vielen, vielen Dank übrigens für den Tipp. Ich weiß es jetzt gerade auswendig nicht mehr, wer es war. Aber irgendeiner hatte nämlich geschrieben, oder irgendein Ne, glaube ich. dass man den Honig bekommt, wenn man die Kiste baut. Und hat extra nochmal hinterher geschrieben, dass es aber die Kiste ist und nicht die Truhe. Das war ein mega guter Tipp. Vielen, vielen Dank. So, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Moment, Aurel heißt der, ne? Ne, der braucht Gänse... Ne, Gänseblümchen habe ich nicht geholt. Ne, ne, braucht Gänseblümchen. Können wir leider nicht. Aber wir müssen was kaufen, von dem ich noch nicht genau weiß, was es ist. Es war irgendwas mit so einem Rührbesen, Schneebesen drin. Hier, rühren. Verdammt, ist das doch... Ach, jetzt habe ich die 1500, um das Ding zu kaufen. Und jetzt kann ich das... Och Mann, ihr könnt mich doch mal... Ihr seid alle böse. So. Das Rühren habe ich jetzt freigeschaltet. Das ist ja toll. Mann. Das ist gemein. Hat man einmal das Geld zusammen... Hi. Ich habe ein Geschenk für dich. Genau. Ich habe eine... Ne, Moment. Keine 36. Ich habe eine Rose für dich. Wenn ich die denn hinkriege. So. Bitteschön. Was ist denn, wenn ich ihr direkt 10 Rosen schenke? Dann kriege ich aber keine 1000 dazu. Das wäre mal ein Versuch wert. Aber ich glaube nicht, dass das klappt. Weil dafür ist das Spiel wahrscheinlich nicht ausgelegt. Okay. Sehr, sehr geil. Zumindest schon mal das. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Einmal Zucker müssen wir uns noch besorgen. Dann können wir auch wieder was machen zum Verkaufen. Dann können wir jetzt auch zurückgehen. Lillimack Honig. Das ist schön. Ich kann ja auch jeden Tag Honig bringen, sobald ich das hier mit dem... Mit dem einen Honig habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da eigentlich... Wofür ich das aber brauche, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, wir haben hier eine Aufgabe, um das zu machen, aber... Oh, das Huhn. Ach, das Huhn habe ich nur nicht gestreichelt. Komm her. Nicht weglaufen. Komm her. Alte Socke, du. Aber die laufen dann immer so süß weg irgendwie, so nach dem Motto... Naja, ich will gar nicht von dir gestreichelt werden. Hau ab. Und der mag das. Doch, die mögen das. So. Achso, genau. Dich müssen wir nochmal eben... Also, beziehungsweise euch müssen wir nochmal eben hier... Ähm, ein bisschen... Gießen, weil sonst könnte es eventuell Probleme geben. Das wollen wir ja nicht. Schwuppdiwupp. Euch gießen wir auch mal ein bisschen. Zack. Hier ist sogar noch Dings drauf. Aber da die so nah dran sind, glaube ich, sollte ich die auch mal gießen, ja? Sollte ja eigentlich alles nochmal gießen. Hätte ich vielleicht hinten anfangen sollen, dann muss ich nicht so weit laufen. Aber egal. So, hier ist nochmal Kleeblatt. Oh, das ist schön. Klaue ich mir das direkt mal. Zack. Wolltest du das haben? Es tut mir leid, Huhn. Ich wusste ja nicht, dass Hühner Kleeblätter fressen. Höre ich das gerade hier? Hä? Hallo, Huhn. Warum starrst du mich so komisch an? Das höre ich doch hier drin, oder nicht? Habt ihr das auch gehört? So ein Dö-dö-dö-dö-dö. So ein Geklingel irgendwie. Oder war das von den Fänen? Ah. Ach, das ist anscheinend ein Brennnessel. Okay. Oder war das von diesen Fänen-Dings? Hier ist auch irgendwas. Ich weiß aber nicht, was das ist. Löwenzahn. Ah, okay. Du bräuchst ein bisschen Dünger. Obwohl der andere Dünger, der ist... Nee, das eine ist Dünger, das andere ist die Erde. Komm, ich klatsch dir einfach ein bisschen Dünger drauf hier. So. Muss ja auch gut gehen. So. Hier wachsen überall Bäume. Das finde ich cool. Achso, ich habe kein Wasser mehr. Ah, sagt mir das doch einer. Ja, wir laufen um die Wette, Kaninchen. Boah, das ist so schön. Also das Kaninchen auch. Aber ich meine jetzt eigentlich hier... Es ist so schön, was hier alles gewachsen ist. Und wenn ich daran denke, wie das am Anfang war, wie wenig wir da hatten, beziehungsweise ja gar nichts im Endeffekt. Und was jetzt hier alles... Moment, bist du eigentlich das Letzte schon? Du bist das Letzte. Das hört sich jetzt so gemein an. Das sammeln wir mal auf. Also jetzt hat es gerade gegossen, ja. Das war natürlich intelligent. So. Du siehst irgendwie noch so... Du brauchst aber jetzt keinen... Ah ja doch, der hat gar keinen Dünger. Klatschen wir hier auch mal was drauf. Komm. Zack. Weil das sieht so hell aus irgendwie, finde ich. Oh. So. Auch. Irgendwas ist hier auch. Ich weiß noch nicht so genau, was es ist, aber es ist hier auch. So. Ich glaube, du... Dich sollte ich dann doch mal nehmen. Das sah irgendwie so komisch... Verblasst schon aus, finde ich. Das wollen wir natürlich nicht. So. Dann machen wir hier das nochmal zu. Wird das dann bis zum Wasser... Weil ich hatte eigentlich versucht, hier so eine Schneise Richtung Wasser hinzukriegen. Sodass dann quasi von dem Wasser aus die Erde so ein bisschen gedüngt wird. Also nicht gedüngt, aber dass das dann auch vielleicht so ein bisschen die Feuchtigkeit mit anzieht. Na, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. So. Ihr kriegt noch ein bisschen Dünger drauf. Du auch. Da hinten wächst auch was. Sehr schön. Machen wir das hier noch so ein bisschen weiter. Und da müssen wir gleich mal eben rühren. Und zwar bevor die Folge jetzt irgendwie mega Überlänge hat. Ach, ich habe keinen Dünger mehr. Ja, jetzt bin ich drauf reingefallen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall rühren. Ach so, das war eine Schnecke. Hallöchen. Ich weiß auch nicht. Das könnte vielleicht ein Tipp sein. Ich bin mir nicht sicher. Ob das eventuell damit zusammenhängt, dass ich die Tiere mal streiche. Weil irgendjemand hat immer geschrieben, dass die Tiere wohl weglaufen können. Wenn man da nichts für baut. Aber ich streichle die immer zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Keine Ahnung. Hier habe ich schon geguckt. Na ja, da hatte ich heute geguckt. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Aber ich, äh, vielleicht hängt das ja auch ein bisschen damit zusammen, was man, also dass die sich gut fühlen. Das wollte ich damit sagen. Ähm, ach, das muss ich erstmal wieder bauen, oder? Die Rührschüssel. Oh nein. Da brauche ich einen Eisenbarren für. Und zwei Bretter natürlich wieder. Juhu, juhu, hey. Moment, Eisenbarren habe ich nicht hier. Wo habe ich die denn? Ähm, oh, hier. Oh, gut, dass ich den nicht verkauft habe. Okay, rühren. Zack. So, für den Besen. Da brauchten wir noch was. Fehnte und so weiter hatten wir. Die Schnee, genau, die Schneeflocke, die fehlte uns noch. Ansonsten den Rest hatten wir, glaube ich, zur Seite getan. Jetzt habe ich eine Rührschüssel. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Doch, hier habe ich die. Moment, das ist jetzt gerade, weil da soll ja eigentlich der Dünger hin. So, acht. Die muss ich irgendwo platzieren, meine ich doch. Die ist klein. Das ist jetzt nur ein bisschen blöd. Dann kann ich das Schneidebrett quasi nur von der anderen Seite aus nehmen. Naja, gut, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Rühren, ja. Ja, da kommt man aber noch hin. So, dann stellen wir einmal Honig her. Zack. Oh, wie mache ich das denn überhaupt? Einfach rühren? Ich habe keine Ahnung. Ist das Honig? Ja, das ist Honig. Gib Lührer die Zutaten für den Schutzzauber. Ach, das war die Quest mit dem Baum. Ja, genau. Ich erinnere mich vage dran. Aber ich erinnere mich noch. Genau. Ach so. Moment. Moment. Habe ich denn alles dabei jetzt? Baum des Wissens? Weil ich habe das doch jetzt nicht alles hier drin, oder? Ich habe die Sachen doch gar nicht... Aber die haben jetzt gesagt, ich soll das geben. Ich probiere das mal aus. Ich weiß nämlich nicht mehr, welche Zutaten das jetzt genau waren. Ich meine, dafür habe ich halt die Nicht-Gänseblümchen-Kamille geholt und alles. Ja, siehste. Oh, das ist doch... Moment, Moment, Moment. Ich mache mir da mal eben ein Bild von. Weil, das werde ich mir eh nicht merken. Und ein Bild ist schneller gemacht, als mal eben alles aufzuschreiben. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Das ist ja doof. Da steht nur noch, gib ihr die Zutaten. Ui. Man sollte nicht reden und gleichzeitig rausgehen und nicht gucken, wo man hinläuft. Aua. Das hat wehgetan. Ja. Das ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Weil man dann ja überhaupt gar nicht mehr weiß, was man jetzt alles braucht. Also man sieht es dann im Endeffekt erst, wenn man wieder bei ihr ist. Und dann ist es ja schon zu spät. Da muss man ja hin und her laufen. Also da... Das hätten sie ein bisschen besser machen können, dass man das vielleicht nochmal anklicken kann oder so. Aber ist nicht schlimm. Ich habe ja theoretisch noch alles da. So, Moment. Wir brauchen insgesamt zehnmal Löwenzahn. Den habe ich aber, glaube ich, hierhin gemacht, weil wir den... Ah, nee. Das bin ich ja. Das heißt, wir brauchen sieben noch davon. Dann Rose haben wir drin. Dann brauchen wir zehn Gänseblümchen. Genau. So, zehn Gänseblümchen. Dann brauchen wir fünf Äste. Nee, das... Moment. Also ja, also diese Stöcke. Scheiße. Die brauche ich auch später für den Besen. Das ist doch Mist. Den Honig, der ist klar. Und wir brauchen einen Feentau. Hä? Brauchen wir den nicht auch für den Besen? Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt gucke ich nochmal. Doch, ein Feentau und fünf... Nee, und zehn Stöcke brauchen wir. Ja, siehste. Dann habe ich nämlich definitiv keine mehr. Nee. Ah, doch. Moment. Moment. Dann... Nehmen wir hier zehn Stöcke raus, damit da bloß nichts mit passieren kann. Und Feentau müssten wir hier noch haben. So, das nehmen wir auch raus. Zack. Hallo? Dann machen wir das da hin. Feentau da hin. Erdbeere ist klar. Gänseblüm... Nee, Gänseblümchen. Was wollten die noch haben? Ich habe jetzt fünf Teile inklusive der Erdbeere. Da schaue ich dann doch nochmal kurz nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ja, genau. Da fehlt mir dann nur noch die Schneeflocke. Genau. So. Und da müsste ich jetzt alle Zutaten haben für sie. Ich habe doch die fünf Stöcke jetzt noch drin, ne? Genau. Gut. Ja, ich hasse dieses ewige Hin- und Hergelaufe, aber gut, wenn es nicht anders geht, ne? Da war übrigens Kleeblatt gerade hier vorne. Das ist cool. Äh, warum laufe ich jetzt so hin? Obwohl, Tin... Habe ich Tin jetzt heute schon Feenstaub gegeben? Eigentlich schon, oder? Es ist doch noch der gleiche Tag, meine ich, oder? Oh, ich bin hier total verwirrt gerade. Ich weiß, diesen Spruch habt ihr sehr oft gehört, solltet ihr auch hinterm Horizont gesehen haben bei mir. So, jetzt habe ich aber alle Zutaten. Hier seht ihr es nochmal, falls ihr das nochmal nachgucken wollt. Fantastisch. Jetzt müssten wir nur noch die Schritte in diesem Buch befolgen. Warte, du hast das also noch nie gemacht? Nun ja, nicht direkt. Ich habe theoretische Magie studiert. Ich bin vor allem daran interessiert, Wissen zu erwerben, nicht es zu nutzen. Aber keine Sorge, die Anweisungen in diesem Buch sind sehr klar und einfach zu befolgen. Braucht man für so etwas nicht jahrelange Übung? Nur diejenigen, die den Wert des Wortes nicht kennen. Bücher sind mächtig. Wenn du genau hinschaust, zeigen sie dir all die Wege, die du gehen kannst. Du musst nur das auswählen, was sich für dich richtig anfühlt und es so gut wie möglich befolgen. Hm. Also gut, ich glaube an dich. Geh voran. Aha. Also schauen wir mal. Zuerst müssen wir folgendes tun. Und dann das. Dann ein bisschen... Oh. War das Teil des Plans? Nun ja, nicht direkt. Sieht so aus, als könnten Bücher doch nicht alles vorhersagen. Aber hey, es hat funktioniert. Es leuchtet, genau wie auf der Illustration. Lass es uns auf meinem Tresen testen. Bitte benutze deine Spitzhacke dafür, dann werden wir wissen, ob es funktioniert hat. Bist du sicher? Ich will dein Inventar nicht beschädigen. Das ist okay, ich vertraue auf unsere Arbeit. Und wenn etwas schief geht, ist das eine gute Erinnerung daran, dass man immer noch dazulernen kann. Okay, dann mal los. Ich habe auch ein bisschen Angst. Es hat funktioniert. Das ist großartig. Wir sind ein gutes Team. Das sind wir. Okay, bereit für den nächsten Schritt? Das ist so aufregend. Es fühlt sich fast so an, als wärst du ein tapferer Held aus einem Märchenbuch. Und ich bin diejenige, die das Abenteuer liest. Oder die Gehilfin, ne? Das ist alles so aufregend. Haha, ja. Was wird der Held als nächstes tun? Oh, wird das eine Geschichte? Vielleicht bin ich nicht die Leserin, sondern die Autorin? So sicher, wie die Sonne im Morgengrauen aufgeht. Oh! Okay. Nachdem der uralte Baum des Wissens mit einem Schutzzauber belegt wurde, machen sich die Helden auf, um die Kristallplage mit ihrem mächtigen Stab der Macht zu bekämpfen. Sie weiß aber schon, dass das ein Spitzhacke ist. Haha, Vorsicht, der Held ist auf dem Weg. Wünsch ihm Glück, allmächtige Autorin. Glück. Allmächtig. Hm. Wir könnten diese Geschichte ein bisschen aufpeppen, indem wir eine Prise Zufall in die Ereignisse einbauen. Ja, klingt gut. Ich werde darüber nachdenken. Aber jetzt erst einmal viel Glück, mein Held. Ja. Entferne die Kristalle an den Wurzeln. Mal schauen. Wie kam ich denn jetzt nochmal dahin? Moment, hier, ne? So. Ach, der ewige Kreislauf des Baumes. Also dieser Treppe um den Baum rum. Hä, geht das überhaupt runter? Ah ja, doch. Das sah jetzt irgendwie so aus, als ob ich jetzt da drauf gekommen bin und dann immer in die gleiche Richtung... Das waren die ja schon, oder? Ja. Ja, genau. Und dann immer in die Richtung, immer wieder im Kreis mich quasi gedreht habe. So sah das aus. Okay, hier ist nichts. Hier ist noch einer. Sagt Lyra, dass die Kristalle beseitigt sind. Okay, Moment. Ich mach erstmal das Ding hier raus. Das sieht ja irgendwie komisch aus. So. Das heißt, wir haben dem Baum geholfen zu heilen oder gibt es jetzt noch irgendeinen anderen Widerstand? Das ist jetzt die große Frage. Weil beim ersten Mal haben wir auch gedacht, dass wir ja den Baum geheilt haben. Und das hat trotzdem noch nicht so ganz geklappt. Nein, mach das nicht. So. Hallo? Oh, hallo. Es ist verbracht. Die Kristallplage ist beseitigt. Wir sind die Kristallplage los. Hervorragend. Mein lieber Held, du hast gut gekämpft. Aber jeder Kampf fordert seinen Tribut. Jetzt, wo die Kristallplage nur noch Geschichte ist, müssen wir die Wunden der Opfer heilen. Wir müssen eine starke Heilsalbe zusammenbrauen. Natürlich. Ich werde meine Pflicht tun, aber ich brauche Führung. Oh, es tut mir leid. Ich kann gerade irgendwie gar nicht reden. Und Führung sollst du erhalten. Ich bin auf dem Weg, gute Frau. Der Baum des Wissens ist in guten Händen. Ich erwarte deine Rückkehr mit einem hoffnungsvollen Herzen. Ja. Es stand der Stelle die Beschneidungspastete hier, oder? Ach so, da links. Beschneidungspastete im Kessel. Okay. Da steht aber nicht, was ich brauche. Dann müssen wir mal gucken. Ein bisschen komisch ist es trotzdem, weil wir müssen ja erstmal wissen, was wir überhaupt brauchen, damit wir da weitermachen können. Mal schauen. Ach so, halt. Stopp. Damit ich das jetzt nicht vergesse, beim nächsten Mal. Wir müssen ja einmal den Dünger noch mitnehmen. Oh Mann. Also, das ist schlimm. Der Epi hat mich nochmal wieder angesteckt. Jetzt über die Woche und es ist irgendwie immer schlimmer geworden. Irgendeine Salbe im Kessel. Toll, aber mir wird nichts angezeigt. Ach, das ist die hier, ne? Ah, Wundheilsalbe. Zwei Steine, drei uralte Kristallsplitter. Okay, da gucken wir mal eben. Uralte Kristallsplitter. Das sind die. Davon brauchen wir drei. So, dann zwei Steine. Die habe ich nicht hier drin, sondern hier. Hallo, das sind drei. Ich will zwei. Hallo. So. Okay. Rest kann ich mir mal wieder nicht merken. Ach, du sollst den Kessel nehmen. Ähm... Fünfmal Wasserfarnblatt und dreimal... äh, fünfmal Brennnessel. Wasserfarnblatt und Brennnessel. Das waren die Sachen. Wasserfarnblatt. Also Brennnesseln brauchen wir jetzt noch drei zusätzlich. So. Wasserfarnblatt. Habe ich das überhaupt? Seftfarn, Eckenfarn? Habe ich gar nicht, ne? Oh, wo kriege ich das denn jetzt wieder her? Sanftfarn habe ich, aber kein Wasserfarn. Das ist doch bestimmt von dieser einen, die ich jetzt aber nicht habe. So, die brauche ich. Stand wirklich Wasserfarn, ne? Wasserfarnblatt. Das ist bestimmt dieses eine, was ich nicht anbauen konnte. Oh, es tut mir leid, wir gehen schon wieder auf eine Stunde zu. Wasserfarnsamen. Ja, natürlich. Ich versuche, die nochmal, ähm, mitzunehmen. Achso, ne, der Tag ist noch nicht rum, ne? Genau. Ähm, ich versuche mal irgendwo, wo haben wir denn das Wasser? Das ist nur hinten. Ich versuche mal irgendwo am Wasser eventuell das Zeug nochmal anzubauen. Also beim letzten Mal war das Wasser ja nicht klar. Dementsprechend kann natürlich sein, dass das deswegen nicht ging. Jetzt kann ich es wieder nicht machen. So, da ist es wieder rot. Ah, Moment. Hier kann ich es jetzt aber machen. Okay. Ich denke, das soll ein Tage sein hier. Ich bin mir nicht sicher. Aber dann kommen nur die Blätter raus. Oh, oh. So weit haben wir aber alles. Düngung und so weiter ist okay. Wasser ist okay. Normalerweise müsste das ja sowieso okay sein, weil es direkt hier am Wasser dran ist. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob das soweit alles funktioniert. Die sammeln wir auch mal. Weil Brennnessel werden wir wahrscheinlich demnächst auch nochmal irgendwann brauchen. So. Und da Brennnessel ja gut sind und nicht irgendwie irgendein Unkraut, was man nicht braucht, ist das natürlich immer ganz positiv. Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt, wir müssen eh noch ein bisschen länger darauf warten, dass das eine fertig ist. Das ist jetzt natürlich unser Problem. Das heißt, so, Kamilleblüten und das, die können wir jetzt wieder woanders hin tun. Aber die hier brauchen wir noch für die Quest. Die tun wir erstmal hier rein. Und ja, der Rest ist ja soweit. Das tun wir auch nochmal eben zurück. Also das war die Brennnesselblüte. Hä, habe ich gar keine Blätter jetzt bekommen? Das war Kamille. Habe ich gar keinen Löwenzahn hier drin gehabt? Hm. Ich habe hier irgendwie nirgendwo mehr wirklich Platz für irgendetwas, ne? Das ist doch scheiße. Ah, Moment, dann nehmen wir mal das Stofftier raus und tun wir dafür schon mal das rein. Hm. Nee, Feengras habe ich, habe ich das woanders oder habe ich das nicht woanders? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Faunwurzel. Salz. Ja gut. Nehmen wir mal das Salz raus. Keine Ahnung. Tun wir das dann einfach hier rein. So, das, das. Dann haben wir erstmal wieder alles frei. Okay, dann entschuldige ich mich dafür, dass das Ganze mal wieder eine Dreiviertelstunde gedauert hat. Irgendwie haben wir heute so wahnsinnig viel gemacht. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ganze vielleicht in zwei Folgen machen werde. Muss ich mal schauen. Eigentlich war das ein ganz guter Cut, ne? Dass wir da zwei Folgen machen können. Ich denke, das werde ich wahrscheinlich auch tun. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Von beiden Folgen natürlich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschau. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer BeatKrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen. Denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao.